wird es bemerkt haben gehen wir zum treffpunkt im stadtzentrum richtig so war der absprache darüber wenn das kaiserliche drakons ich habe jetzt nicht aufgepasst ich gehe mal davon aus ja ok wir sind am klockenturm das geht da vor sich was zur hölle passiert hier aber erst suchen wir gertz hoffentlich ist er wohl auf muss das sein oh scheiße den wir auch ganz leicht fertig ein paar von denen schließe ja 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 Oh? Gibt es noch einer? Ah, no, 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 no. Haben ihn gebrochen? Ne, und noch einmal zum Sprung aus? Das besteht kein Zweifel. sag bloß okay kommen wir durch hat bestimmt dion dass ich mal froh sein würde in der kanalisation zu landen ich weiß sie die leichen runter ach der glockenturm dann nehmen wir den eine reihe wie kam torgai hier hoch ich gucke mich in aller ruhe um hat ja noch einer war nicht mehr lange ja ähm ja 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 komm machen wir einmal ja 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Und... Geht hinüber. Suchen wir einen anderen Weg. Gehen wir nicht rein, ne? Ich glaube, das meinte er mit anderen Weg. Hier ist ein Geländer. Hier ist zu. Nehmen wir den. Gut, dass wir den Klick nochmal schweifen haben. Schweifen lassen haben. Ich kann heute nur halbes Sätze sprechen. Wir machen das so. Easy. Die halbe Stadt auseinander. Sie sind sehr ruckelnd. Das Spiel. Nee, ich wollte... Dener wollte ich. Ja, auf Befehl des Prinzen. Nein. Das Spiel. klar dass das nicht viel werden wird nein Ja, jetzt in die Ruhe. Ich glaube, ein Turm ist das nicht. Ist das noch eine Truhe? Nein. Okay. Weiter geht's. Heiltrank können wir immer gebrauchen. Ich habe hier noch einen super Heiltrank. Ich werde mal Heiltränke wieder voll. Okay, Tränke haben wir wieder voll. Gunst der Erde. Wie praktisch, dass der Glockenturm auf dem Weg zum Mutterkristall ist. Ich will nicht nur einen Kameraden verlieren. Ich habe jetzt ein bisschen kleiner in Erinnerung. Oh no, oh no, oh no, oh no. Oh no, oh no, oh no. Wie viel davon haben die da was nach? Ich kann das nicht genau in Erinnerung. Was? und 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 zurück 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 Oh no! Ja komm, geschenkt! Oh, wir haben ihn gebrochen! Ah, die Schaden hat sich zugefügt! Ich glaube auch! Oh no! Nein! 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 Wir sollten auch mal Limmel draus schmacken! Daneben! Hm! Ich bin rausgewichen! Aber ich glaube, wir können gerade... Ah, wir treffen nicht! Weg, 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 weg! Nein! Das war's, das war's, das war's! Das war's, das war's, das war's, das war's! Weg, 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 weg! Kas an! Noch ausgewichen! Daneben! nein 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 was hast du kein und dann ich habe schon lange nicht mehr gemacht das war zu früh der macht noch einmal ja heißer zwilling nicht das war zu früh weg 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 doch wir werden zu langsam ja 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 weiß würden knochen war das schon alles na mein großer was für ein drache ich finde ich doch zum frühstück was jetzt was sucht der denn da oben jetzt hat doch Ultima seine Hände im Spiel die schöne Stadt warum zerstört Bahamut die Stadt stopp Jote wir haben einen Namen Joshua ist Begleiterin ich weiß für den Zeitpunkt jetzt die Begleiterin von Joshua dem Dominus des Phönix sie ist eine fähige Schwertkämpferin und weicht ihrem Herrn aus Laudalität und Sorge um dessen Wohlergie nicht von der Seite wenn es keinen Anlass gibt Joshua zu verteidigen so hat sie zumindest stets das rechte Heilmittel zur Hand um den kränklichen Prinzen eine Linderung seiner Schmerzen zu bescheren der Name Jote den Joshua für sie verwendet ist nicht ihr Geburtsname ihr wahren Namen kennt jedoch niemand es ist bestimmt schon jemand die wir am Anfang mal begegnet sind und Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das nennst du gute Sachen? Plunder! Plunder! Und ich wette, wir sehen ihn wieder, bevor all das vorbei ist. Ich befürchte auch. Okay. Das ist nur gemacht, uns als Vater ins Ausflug wischen. Na wunderbar. Noch eine Flucht. Sie sind schon akatisch. Es gibt keinen Grund zur Rücksicht. Ging dann aber Flux. Komm mal her. Kommt, da geht's weiter, ne? Nee. Von hier sind wir gekommen. Wir sind zurückgelaufen. Wir müssen mal da lang weiter. Doch, hier lang? Wo kommt der denn her? Ja. Okay. Your mission? аешь?! Ja? Maaf! Ja? 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 Ja, schade mir noch nie nicht. Ja, schade mir noch nicht. Ja, komm, hier. Reicht aber. Es muss einen Weg nach oben geben. Ein Weg nach oben. Da. Führt der Weg nach oben, wird man nicht loben. Auch des Blitzes. Joshua? 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 Ich bin hier, Bruder. Okay. Boah, Leif? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Boah! 默! Komm her! Ähm, nein. Ich wollte... Ding da. Komm mal her. So. Äh, zum Kern. Zum Kern geht's hier lang? Dafür haben wir keine Zeit! Nicht wirklich, nee. Schon gebrochen? Oh, no. Wir tun wir da. Jetzt reicht's aber. Ganz unten über. Geht's weiter zum Kern? Oder auch nicht? Hier durch? Und von hier kommen wir doch, oder? Von hier sind wir doch ganz sicher gekommen. Gut, dann nehmen wir hier den Weg. Es muss der Ratspalast sein. Unglaublich, dass er noch steht. Ja, unglaublich. Der Rest der Stadt steht nicht mehr. Da muss eigentlich ein Ratspalast auch wenig. Er wird das schaffen, gleich. Er ist ein Kämpfer. Mit einer Familie. Wir sind schon nah. Und für jemanden anscheinend schon nah genug. Das hält uns aber nicht ab. Sicher nicht. Nicht Yfrid. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich komm nicht weg, ich komm nicht weg, ich komm nicht weg Holger Das war's. Das war's für heute. Ich will nicht wissen, was das ist, aber es muss aufhören, sofort. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Back, 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 back. Okay. so wie er flammer oder das wohnheit verwenden Das war das fast. Das war das fast. Ich frage mich, wer den geweckt hat, weil Bahamir verfolgt ja Joshua. Das war das fast. Das war das fast. Das war das fast.